Ich spreche nur mit denen, die hier sind. Oh mein Gott. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Max ist sehr gut. Was ist das? Ich bin nicht verständlich. Ich kann dich auch mal verständlich. Also, das ist die nächste. Das ist dein bester Charakter. Die Fans, die ihn zu verlieren, alle sagen, ich habe die Menge. Das ist was, die sich nicht für mich anwenden. Doch, das ist eine schlechte. Also, das ist noch eine schlechte. Also, das ist noch eine schlechte. Das ist jemand. Das ist jemand. Ja, das war kein Ziel mehr. Der hat kein Ziel mehr. Der hat 50 Mal gewonnen. Richtig. Deswegen sollte er für die Leute, die gegen den Spiel sind viel von ich kenne dich wie in dem Spiel. Ja. 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 Das habe ich nicht gesagt. Ja. 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 Das ist traurig. Weil ich gar nicht mich gewinne, da könntest du dich nie mal ehrlich sagen. Ich habe eben abgedacht, es ist einfach nur eine Frage, zwei Charakter und ein Fack, weil kein Gott hat. Wenn du dich aber anstrengst, dann ist es nicht schön, wenn du dich das tun. Weil alles ist das hier. Auch die Fühne ist, 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 Das ist ja schon nicht so schön. Aber alles ist das. Das ist ja schön. Das ist das. Das ist ja auch zum Einsetzen. Oh, das ist ja auch zum Einsetzen. Oh, ja! Oh, das ist ja gut. Ich verstehe das auch nicht. Ich muss leider schon alles gut verlaufen. Ich hab heute meinen Händchen drin, meinen Lachen. Ja, das ist ja gut. Das ist das, was man macht. Das ist ja gut. Nein, aber das ist okay. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Könntest du deine Hände dort nutzen? Ist ja okay. Ja. Oder? Oder? Da weißt du nicht mal, wie der Knochen raus ist. Richtig. Das haben wir auch nicht wissen. Wie gesagt, das wissen viele nicht. Maxi weiß es auch nicht, wie der Knochen raus ist. Maxi weiß auch nicht, wie der Knochen raus ist. Maxi weiß auch nicht, wie der Knochen raus ist. Maxi spielst du keine mit ihm. Und hofft, dass es was für. Ja. Das ist mit der Knochen. Ja, das ist der Knochen. Ja, das ist der Knochen. Ja. 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 Er führt gerade. Geburt. Ist einfach richtig schnell. Oh mein Gott. Was zur Hölle? Bei euch mal reiße ich jetzt mal ein bisschen. Nicht schlecht. Das soll doch mal. Du kannst wirklichased gegen dichpannt. Kannst du nicht? Oh! Wow! Hast du es sehr gut gemacht! Vielen Dank. Vielen Dank. Rudi Föller auf Platz 2. Du kannst schon mal Runde 2 spielen gegen Sande. Du kannst schon mal Runde 2 spielen gegen Sande. Ja, geht's. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Arthur. 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 Ja, man, let's go. We take those. It's not Dennis' commentary. It's Dennis, Geldjunge, unfeuerary. I miss the old Geldman. Oh, cool. Oh, cool. Oh, cool. Oh, cool. It's enough. It's enough. It's enough. It's enough. Oh, it's enough. Oh, cool. Oh, cool. Oh, cool. Oh, cool. It's enough. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Vielen Dank.